Hochkarätige Verstärkung für die AS Monaco im Abstiegskampf Am Sonntagmittag gab der League-1-Klub bekannt, dass man sich die Dienste von Jason Martins sichern konnte. Der portugiesische Nationalspieler wechselt leihweise bis zum Saisonende von Atletico Madrid. Martins kam seit seiner Ankunft von Sporting Lissabon im vergangenen Sommer in der bisherigen Saison nur zwölfmal für Atletico zum Einsatz. Der 23-jährige Flügelstürmer soll nun versuchen, mit seinen herausragenden Fähigkeiten am 1 gegen 1 Monaco vor dem Abstieg zu bewahren. никто irgendein Song Vielen Dank.